Wenn er noch so wartet, dann stoße ich noch zu euch. Ja, wir nehmen auf wieder. Schönen guten Tag. Jo. Jo, hallo schön. Ich bin heute bei der alleine. Das ist doch besser so. Der andere ist immer so dumm. Wie jetzt? Ich bin der König. Ne, ne, nicht du. Die Robo-Backe hier. Oder Robo-Kacke. Robo-Backe, Lörfer. Uhuhuhuhu. Lohnt sich. Komm auf. Komm auf. Lustig. Was denn? Ey, aber nicht mich einboden hier. Na, dann geh doch weg da. Komm ich da hoch? Ne. Hä, warum komm ich da nicht hoch? Hier ist alles ein bisschen bunt gemischt, also... Ich hab jetzt Silber, Platinum, Iron Roar. Oh, okay. Ah, nimm die alles mit. Das ist ein Roni. So, jetzt nicht zu, wie du wieder runterkommst. Ich bin heute. Weiter nach unten, oder wo wollen wir hin? Ja, können wir doch mal. Aber das ist wieder so hart, als ein Stein. Wo ist denn Robo, die Katz? Ich bin auf dem Weg nach unten. Bis bis ich mal hier lang gelaufen bin. Immer die Fackeln voll. Sind so viele. Achso. Dann musst du dich entscheiden für ihn. Ob du wirklich richtig gehst? Die ist die, wenn das nicht dann geht. Ja, so ne Art. Guck mal, hier waren wir schon. Bin wir, bin wir. Oh. 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 Oh, Stoffe. Da kommen sie aber wieder hoch hier. So. Ist der im Gift drinne, wa? Daniel. Ja, ja. Oder war's? Ich hab immer ne Spritze. Oh. Oh. Alle rennen sie vorbei. Aber ich hab's gesehen. Aber ich hab's gesehen. Diamanten. Ich hab da oben irgendwas gesehen. Was ist das schon nicht? Sind wir schon wieder oben? Ich hab's. Ah. Ah, irre. Ja, los, komm! Ja, ja. Oh, das wird ein Knobel sein. Ah, nein. ist ja schon mal so hart ist die stein hier hab ich dann hier auch keinen bock drauf oh das ist doch hier das ist doch schön sowas hier oh ne kiste juhu ich bin doch ein Abbrot ja wir haben die haben einen ja wir wollen die auch mal was gönnen ach so Diamanten oh ne das ist ah ach ich bin tot oh hä was doch volle Lebensenergie jetzt so einmal war ich tot da ging es doch einmal nur abwärts und jetzt schon lange direkt in die da warte Vorsicht da ist eine kleine Pfütze so das geschieht ja recht nicht schlimm scheiße da dann da sind hier wieder diese ähm Cellmette oh oh überall so ne ja die ganze Ding das Ding aber ich sie es überhaupt nicht ekelhaft ekelhaft müssen wir wohl auf fucking Kraft nehmen wie können wir denn offen naja ist ja noch ist ja noch ein bisschen ach ja na ich glaube wir sind ein bisschen verwöhnt also wir haben ja das haben wir schon mal irgendwann gesagt wir haben das Spiel ja schon zweimal durchgespielt und äh und äh wenn du da so einen kleinen Flöt siehst das interessiert den nicht schon gar nicht mehr ne irgendwie nicht aber wir brauchen es ja noch ich habe gerade mal 5 ich habe gerade mal 5 ich habe gerade mal 5 780 Kohle nur das ist nötig ach ja nicht aber es geht voran aber nur bis hier das ist das das ist das das ist das wenn denn irgendwann auch wieder finden naja ja hat doch ein Navi genau hab ich gerade auch was wie ne Brücke hier drin ich denke mal wo ihr jetzt wird gleich in die Stadt immer kommen oder seid ihr schon mal auf dem Planeten rum gewesen fast schon zweimal schon zweimal einmal fast einmal gar nicht sag mal mit der Raffinerie konnten wir doch eigentlich denn auch die Ohre in Pixel umwandeln oder? war das nicht so? ja genau sehr geil das gefällt mir da oben ist da irgendwo wieder Gift sein weil die Titaniumsachen später ganz schön teuer sind auch machen also brauchen wir auch ordentlich Rohstoffe ich habe oder wir haben ja wir haben ja zum schluss so viel Titanium ihr habt und Platinum und da konnte man uns zuhauen wir haben zum schluss selbst die Ohre dann noch wie gesagt in Pixel umgewandelt also also Titanium und er hat mal zwei Stacks 2000er Stacks und noch mehr Daniel jo aber wenn wir ja jetzt zu dritt sind dann brauchen wir ja ein bisschen mehr nämlich dreimal so viel naja dreimal ich Titanium brauchst du dann zum schluss nicht mehr so viel das ist wenn du dann nächsten Planeten bist dann sind andere Rohstoffe viel wichtiger oh I'm getting really hungry hungry ich ess meine Banane mach das mmm lecker Banane und da war schon so ein kleines oah was machst du denn hier ner komm ich höre dich fast bis rüber ja irgendwie leckt das unbedingt für die ganzen hier iron wo ich habe 950 iron oh näher und denn wenn ich du es äh zu geld machen nee da ist gold besser alles mitnehmen ach ach du wirst hier ach oh 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 war zu weit und so ruhig bist du erzähl mal was ich bin gerade wir sind beschwertig oh vorsicht also hier irgendwas irgendwas passiert hier ach nö ist noch nicht hier war irgendwo ein Pferd ein Horn ach da das ist das bringt sich selber rum ich bin ja ich näher mich jetzt mal von der anderen Seite an euch das ist auch nicht schlecht was ist das ist nicht es ist es ist das wird noch kommen der letzten aufnahme so damit was soll es mit noch mal hier oben Oh, einer hier. Oh. Hm? So, wenn ich runtergefahren bin. Das ist Armba hier. ich die 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 hier die Koffer Koffer der hat mal ein Scharfes gegessen der hat mal ein Problem ja ähm ja wie denn nun? Warte ich geh runter? Oh! Hey! Was ist denn los hier? Was warst du denn da? Oh! Na! Ich lasse ihn jetzt einfach da drin, ist mir egal Ja, lass doch! Äh So an alles misst hier, ey Ja Das hat das Rotbrennen Hm Oh, was ist denn hier schönes? Ich geh hier rein Warte mal Warte mal Was? Scheiße Ich sprig da runter, wenn ich zu baue Nee, ich bin so gegen dieses solche Dinger hier gedauert Ja, aber ich bin aber gerade runter gesprungen, wo ich dann den Zug gebaut habe Oho, 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 oho das lustig nein in der anderen in einer anderen figur und ich ja leider noch nicht ich habe auch bis jetzt noch keine kiste gefunden das hätte ich ja aber ja aber wir sind schon ganz woanders wieder wie sind schon wenn der hier kommt machen wir oben auf das hat ja keiner gehört das ist ja gut das ist ja wie eine steinzeit wurde ich mal auf wir sagen jetzt nicht mehr flügt sondern wir sagen kiez ein kohlekiez ja wenn ich dran denke wenn ich dran denke macht dich mal fertig der dünn pfiff ne der heult ich kann nicht nach oben schlagen guck mal her oder ist ja Sven oh ich kann kein Eisen mehr aufnehmen was ist das dann hast du wohl zu viel aber nur ein bisschen wie weiß denn Sven warum scheiße ich hab da rum abgestürzt aber ich lebe noch freund oder feind ja natürlich die schießen natürlich alle ach ja wenn da frackeln sind alle schon wieder dann erkrankt dir die welche ich hab kein Holz mehr dabei da musst du ja welches kaufen ebay liefert doch ach so ja 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 jetzt würdest du sagen ebay klein anzeigen hier die dinger brauchen wir ja die küsse aber nicht na egal oh hoa nein 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 aua hallo oh was wo denn wo ist denn Sven jetzt fort Sven ich bin nur noch da naja naja das wird doch voll vergessen ich kenn ich warte nur boost was ist denn los da rast eh noch siehst du da hast du doch Holz ja deswegen baue ich es ja ab wie viel Holz hab ich denn eigentlich noch und ich hab mittlerweile 3000er Stacks mit diesem verfickten Schleim voll eh los komm Sven da halt die kommt da nicht rein so ja ja ist sowas von clever was wir hier machen aber naja egal immer nach unten buddeln wa und dann noch gerade ich muss mich mal heilen was ist denn los dann hier was ihr habt was denn ich will so nicht was du hast wann kommst du nicht runter hä h h wann kommst du nicht runter hm 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 bist ja feiglich hat er alles zugebaut der Sack stinken ist kurz entschlein ja hm 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 Entschuldigung, mein Du. Was machst denn du da? Wer denn? Na du! Na wer du? Hä? Ne, nichts. Ich hab nichts gesagt. Ich seh dich doch schon. Na, ich spring schon rein. Nein, ach so. Hä? Seit wann ist das? Na, das geht auf ein Schiff, bis sie nur immun dagegen. Ja? Ist auch komisch. Weil sonst, wenn ich die immer hier geblendet hab. Also ich find's klasse, mal sehen ob ich mich noch bin. Nö, jetzt ist auch Aufnahmepause. Also, die Aufnahme ist vorbei. So. So, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, tschüss. Und, äh, auf Nimmerwiedersehen, ja? Ja. Tschüss. Schönen. So.